Ah, das ist das Ende, oder was? Das Loch ist das Ende hier. Komm, gemeinsam. Wir gehen gemeinsam rein. Wir fallen. Nope. Ach, nö. Wir gehen gemeinsam rein. Ich sehe nur, wie Morty... Die Credits. Die Credits. Die Credits. Sehr gut. Jeder sucht sich seinen Buchstaben raus. Ich suche mir einen Z raus, nimm den sucht sich einen N raus. Prof sucht sich einen P raus und... Oder ich suche mir einfach von meinem normalen Namen einen Buchstaben. Ja, oder das. Prof ist doch dein eigentlicher Name. Ich habe ein L. Ich habe ein L. Ein kleines L. Warum haben die so viele A's alle? Ja, das kommt halt im Alphabet gut. Das kommt dem Alphabet gut an. Das kommt im Alphabet vor. Das ist ja oft vor. Hier, das sind übrigens teilweise ziemlich litauische Namen. Äh, ich hänge am Prof fest. Jetzt nicht mehr. Das... Habe ich euch das schon erzählt, dass das ein litauisches Game ist? Also, zumindest ein litauisches Entwicklerstudio. Ja, das ist nichts Neues. Ein bisschen litauische Kultur hier. Ja, genau. Da ist... Bei denen ist das Tradition, auf die Schnauze zu fliegen. Ja. Um vor Clip runterzuspringen, um dann darüber wieder zu respawnen. Bei denen ist das Tradition in Litauen. Äh... Vielleicht. Da wird einfach immer nur gesprungen. Also, ich war schon mal dort. Ich war schon ein paar Mal dort. Äh... Also, Clipen gibt's, ja, aber... Auf die Presse fällt man auch öfters, aber... Ja... Ich hänge in einem D, übrigens. Ja, da werden wir jetzt natürlich auch... Ich bin jetzt zufrieden, wenn ich in A trage wie in einem Rettung. Also, wir werden natürlich noch ein paar Workshop-Levels ausprobieren. Das wird natürlich jetzt... Nachdem... Ich hab einen Nanny, nein. Na, Gott, noch nicht. Also, nachdem Level jetzt hier so... Das ist natürlich jetzt... Jetzt sind zwar schon die Credits da, aber... Das wird natürlich noch lange nicht zu Ende sein. Dann werden wir jetzt... Uns werdet ihr nicht los. Uh, hüpf. Also, ich sag's mal so. Ich hab schon einen Weltraum in dem Jahr ausgesucht aus dem Workshop. Das sieht ganz interessant aus. Das können wir gleich als nächstes spielen. Ja, ich hab auch ein Spaß. Das können wir gleich bei der nächsten Aufnahme... ...wiedermachen. Ja. Da freu ich mich drauf. Auf bessere Aufnahmen. Wenn der Discord mal nicht abschmiert. Ja. Ey, lustige Fels zwischendurch. Und immerhin waren wir heute in dieser Aufnahme schon zu viert. Also... Es wird mehr. Zu viert waren wir noch nie. Also noch... Das ist... Ja, muss ich mal anmerken. Es hat noch nie geklappt. Es wäre mal eine Premiere, wenn wir zu viert wären. Wenn alle mal anwesend wären. Reicht auch nur, wenn wir zu viert aus dem Viertes-Viertes-Vort wären. Also, wenn Maudi, Nin-Line, Takeru und ich gemeinsam... In einer Aufnahme sind... Das wäre schon mal ein wahnsinniger Zufall. Das ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Der 50. Ja. Und wir haben das... Wir waren noch nie... Wir haben glaube ich noch nie... Ein D. Nee. Ein R. Ach so. Prof. Ach so. Ja, das R. Ein Prof. Ich hänge an der Md. Auch nicht. Ich werde das jetzt nicht erwarten. Das fällt auch schwer, weil diesen Namen gibt es dreimal in Deutschland. Von daher... Ah, okay. Ich hänge an dem S. S wie Zwergenfürst. Zwergenfürst. Das ist sehr gelöscht. Das ist das Zwergenfürst. Das ist bestimmt auch NS mit drin. Doch, ja. Also bei Fürst ist ja NS mit drin. Zwergenfürst. Zwergenfürst. Also TS. Zwergen. Wenn man besoffen genug ist, dann spricht man das so aus. Ja. Mit Sicherheit. Hallo. Ich habe noch kein Z gesehen. Ich habe noch kein Z gesehen. Das sei nix. Ich habe ein Ohr. Habe ich nicht. Ich habe eine Ninileine. Ich halte mich immer noch an meinem R fest. Jo, und sonst so. Wir fallen hier noch ein bisschen. Lass mich los, Ninilein. Lass mich los. Das sind wirklich, wirklich sehr lange Credits. Ja. Genauso lang wie alle anderen Credits. Bloß fällt man halt überquert durch jetzt. Wir haben halt ein paar Leute mitgemacht. Ich lass dich zurück, R. Lass mich los, Ninilein. Lass mich los. Ich halte mich an dem I fest. Hallo. Ein I. Auf dem I könnte er ja übrigens auch ein paar Sachen finden. Da sind ein paar Videos verlinkt. Ich habe zwei. Also nicht auf dem I hier. Ich habe ein I. Ich lese nicht. Ein I. Ein I. Hr und Office Manager. Ich nehme ein E. Ah, ich wollte das E haben. Ihr müsst doch irgendwo ein Z unterwegs sein. Ihr seid wirklich sehr langsam. Ich sehe euch nicht mehr. Ah, okay. Wenn jemand ein Z sieht, schreit er ganz laut. Ja. Disney. Hinsee, nicht Disney. Ach so. Dachtest du aber auch im ersten Moment. Oh, wir sind schon mal ins Battlefax. Oh. Ich falle schneller. Ich falle ziemlich schnell. Ich falle wieder sehr langsam. Ich falle wieder ziemlich schnell. Hat jemand ein Z? Z, 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 Z. Ich habe R und N. Original-Lokalisation. Schon wieder Weihnachten, oder was? Z, Z, Z. Komm, es muss doch hier noch irgendwo ein Z für mich geben. Äh. Hilfe. Z. Ein Z. Lukas. Hol das Z. Hol das Z. Ah, ich bin am Z vorbei. Wir haben noch ein Z. Nein. Ich will das Z. Ich will das. Ich hole mir das Z. Ich hole mir das Z. Ich habe ein Z. Zwei Z sogar. Nein, ich habe das Z nicht. Ah, ich bin am Z. Z, 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 Z. Ich habe ein Z. Ich habe ein Z. Ich habe ein Z. 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 Ich glaube, unsere Zs hängen aneinander. Das ist möglich. Joa. Ich habe eine Hand in deinem Gesicht. Yay. Ich habe das Z losgelassen. Nein. Ein G. Und ich zupfe deine Augenbrauen. Ich habe ein Z. Z, 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 Z. Ein großes Z, 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 ein großes Z. Wie viel kommt denn noch? Hey, ich habe noch ein. Großes Z. Nein. Ich sehe nur, wie Zwerge quer über die Buchstaben springen. Ich habe, ich wollte das Z erreichen. Du, A, ein Edition. Man kann über die Buchstaben springen, wenn man sich anstrengt. Created with Unity. Hey, theoretisch bedeutet das doch theoretisch. Man könnte alle Charaktere, die man erstellt, hier drin, im VR-Shield einbinden. Theoretisch, ja. Oh, wir sind, glaube ich, durch. Wir sind durch. Oh. Humanfallflat. Humanfallflat. Wir haben es geschafft. Wieder in der Lobby. Ja, können wir jetzt noch ein bisschen in der Lobby abhängen, oder was? Na, eine Viertelstunde haben wir noch. Ja. Hängen wir noch ein Viertelstundchen in der Lobby ab. Und brauchen hier ein bisschen... Ja, ein neues Level können wir jetzt nicht mehr anfangen. Also eine Viertelstunde reicht nicht mehr für ein neues Level. Das wird nichts mehr. Ihr könnt uns ein bisschen Müll im Workshop angucken, da gibt es ja auch einiges. Wäre auch nie eine Idee. In der Viertelstunde? Wenn du den Müll anguckst? Dann mach mal. Das sind dann so Level, wo man reinjaint, okay, nein, und wieder rausgeht. Ganz genau. Ja, dann mach mal. 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 Ich hab Minecraft-Schwert. Ich hab Minecraft-Schwert. Minecraft-Schwert. Aber ich kann dir kein Level auswählen. Du bist der Einzige, der ein Level auswählen kann. Ja, aber ich hab keinen Level gedownloaded. Ich hab nur... Ich hab nur lange... ...schöne Levels. Ja gut, ich kann ganz schnell eine neue Lobby erstellen. Kannste machen. Gut. Mach ich. Du kannst uns mal einladen. Was heißt hier raus? Ich töte Homer mit einem Minecraft-Schwert. Ha! Huh. Oder nicht? Okay, bin ich jetzt alleine hier in der Lobby, oder was? Nö, ich bin auch noch drin. Ich klem unterm Tisch fest. So, Modi hat dir ein Einladungs-Link geschickt. Na, start mal was. Jetzt sind wir hier... Jetzt sind wir in der Lobby eingefroren. Ne, jetzt nicht mehr. Meine Arm. Machen wir noch ein bisschen Lobby gerangen, oder was? Auf geht's. Das hier funktioniert bestimmt richtig gut. Auf geht's. Ein sehr gutes Level. Kennt vielleicht der ein oder andere, glaube ich. Ach nein. Es sah besser aus. Bei mir geht's noch. Bei mir geht's noch. Laden. Oh. Ich glaub, das ist eins von diesen Nope-Leveln, oder? Das ist ziemlich abgespaced. Okay, ich mach den Volleyball rein. So, hier. Volleyball. Einmal ins... Einmal rein damit. Jep. Ich gleich mit rein. Ist der Ball schon drin? Nicht wirklich. Modi regelt. Modi. Sicher? Jetzt aber. Da hat jemand die Hitbox nicht ordentlich programmiert, oder? Das war wohl nix. Man muss sich aber nicht einfach so spielen, oder? Doch. Sonst geht der Eingang zum nächsten Bereich nicht auf. Das ist ja schön. Wollen wir den nächsten Bereich, wenn ich mir den so anreg? Ich seh den nur und denk nur so, okay, was zur Hölle? Äh, was? Prof fällt runter? Okay. Wir müssen den Ball da irgendwie rein. Vielleicht müssen wir das verschieben. Ein bisschen hier. Ja. Nicht? Okay, chinesische Musik höre ich jetzt hier weniger. Das kann ja noch kommen. Ich hab's ja auch ganz leise gestellt. Okay, Google schalte dir an. Zu spät. Natürlich. Ich schalte die Schleckdose in der Kette ein. Was? Was? Das war Google. Das klang nach Alexa. Google hat ne neue Stimme bekommen. Okay. Oh Gott. Dreh. Ja, mach mal. Okay Google, erzähl einen Witz. Oh Gott. Oh Gott, war der scheiße. Ladest du das Level? Na gut, ich bin nichts anderes von Google gewöhnt, also. Modi, lade das Level. Ja, ich such grad irgendwas, was richtig scheiße aussieht. Aber was, was man machen kann vielleicht, wo man nicht sofort festhängt. Das wäre vielleicht ne Idee. Ich bin mal gespannt, was das ist. Oh, okay. Was zum Hänkern? Was sind das? Was sind das? Oh Gott, nein. Was? Was seid ihr? Was ist das? Ah, es geht wieder. Meine Beine sind ein bisschen... Ich bin ein bisschen... Äh... Discord läuft wieder. Oh, sehr gut. Das kommt ja recht pünktlich. Ja, super. Oh ne, ey. Was ist denn hier los? Von daher... Was ist denn hier... Ich verstehe das, Devin, nicht. Ich kann nicht mehr aufstehen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Kannst du nur... Kannst du nur... Kannst du nur im Hüpfen verbringen. Hä? Ich knie. Hey, was? Was? Das ist ja bescheuert. Ja, im nächsten Parts dann, in der nächsten Aufnahme. Ein gutes Level. Haben wir das hier fertig? Ne, dann machen wir das Weltraumlevel. Aber garantiert. Eins. Oder, Moment. Ähm... Eins hätte ich noch. Oh, oh. Oha. Oh, ne. Das ist jetzt richtig übel. XXX hältst du das, oder was? Das ist tatsächlich XXX. Dann habe ich das Vorschaubild schon gesehen. Das ist... Das macht mir Angst. Das Vorschaubild. Das habe ich es geholt. Äh, okay. Na? Jetzt ein schöner WTF-Moment. Bei mir jetzt noch. Hui. Äh, okay. Das sieht ja relativ vernünftig aus. Oh, das sieht ja mindestens mal nach einem vernünftigen Level aus, ja. Das ist auch ein extrem vernünftiges Level. Das ist das, was ich schon privat durchgespielt habe, weil es echt gut ist. Aha. Ich dachte, du hast ein WTF-Level. Nein. Davon hatte ich nur zwei. Mhm. Okay. Das schaffen wir aber jetzt nicht durchzuspielen, oder? Nein, aber... Man kann schon mal anfangen. Oh Gott. Und ich falle. Ich denke... Also ich würde im nächsten... In der nächsten Aufnahme, wenn ihr nichts dagegen habt, unbedingt dieses Weltraum-Level machen. Das sah schon sehr vielversprechend aus. Ja, klar. Können wir. Das kann ich vielleicht auch gleich mal zeigen. Ne, kann ich nicht. Ich bin ja schon... Ich bin ja... Äh, aber ich. Ich habe ja dasselbe. Bin ja nicht mehr im Host. Äh, wie hieß das nochmal? Äh, keine Ahnung. Space hieß das, glaube ich, einfach. Äh, ja. Das müsste ich haben. Ich habe Space Mountain. Ne, so hieß das, glaube ich, nicht. Das hieß einfach nur Space. Space Mountain? Steht der nicht im Disneyland? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich war nie im Disneyland. Ich auch nicht. Ich dachte, ich hätte das hier. Oh Gott, der Level. Oh Gott. Ne, das... Das meinte ich tatsächlich nicht. Ja, der Level. Das meinte ich tatsächlich nicht. Meiner ist ein bisschen anders. Aber das können wir ja im letzten... Das können wir im nächsten Paar dann... Das können wir ja dann in der nächsten Aufnahme sehen. Oh. Ja, ich würde das jetzt schon anfangen zu spielen. Was ist das, ähm... Das ist eigentlich ganz entspannt. Ich habe es schon ein bisschen versucht, es zu spielen. Also, ich hätte auch noch das hier im Angebot. Das können wir vielleicht auch nicht machen. Ich habe nur den Namen gesehen und frage mich, was zum... Können wir alles mal spielen. Können wir alles mal gucken. Go on. Wenn sie schon go on reinschreiben. Aha. Können wir alles mal versuchen. Vielleicht Levels, die wir auch schaffen. Damit wir hier nicht... Ich habe es, glaube ich, nach zwei Stunden oder so privat geschafft. Naja, vielleicht eine Stunde. Also, wir haben ja nur eine Stunde Zeit. Also, müssen wir uns vielleicht auf Level begrenzen, die ein bisschen leichter sind. Würde ich mal sagen. Nein. So, da hatten wir jetzt die Credits und... Einen kleinen Ausblick auf... Was kommen kann. Was kommen kann, aber nicht muss. Was am besten nicht kommen muss. Ja, dann würde ich sagen, vielleicht beenden wir die Aufnahme schon. Ja, ich stehe mir sowieso nicht mehr auf. Also... Ja, besser wird es nicht. Na dann. Da habe ich nach oben, sollte es echt gefallen haben. Oh! Ein Checkpoint. Modi hat ein Checkpoint aktiviert. Offensichtlich. Ja. Und lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Schaut bei den Leuten vorbei. Bei Modi, bei Prof, bei Nini9. Bei Takeru könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Der war zwar nicht mit dabei. Jetzt bei diesem Part. Dieser Aufnahme. Könnt ihr trotzdem vorbeigucken. Ja. Dann sieht man sich hoffentlich in der nächsten Aufnahme. Ich habe einen Verflät, 4,5 der wieder. Mit wunderhübschen oder nicht ganz so wunderhübschen Limmis aus dem Workshop wieder. Mal schauen, was es da noch so gibt. Oh! Shit! Hau! 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 Sie haben... Wunderschöne Glocken. Ja. Das sind die Glocken meiner Großmutter. Die Glocken! Die Glocken. Da. Bis zum nächsten Mal.